Die Eisenbahn in Deutschland ist bekanntlich bei weitem nicht die zuverlässigste und hinterlässt gerade im Inland, aber auch andernorts leider oft keinen guten Ruf. Dahinter mag jedoch ein komplexes Bild liegen, wobei der schlechte Zustand der Bahn auf viele verschiedene Prozesse und Gründe zurückzuführen ist. Zum einen heißt es oft, es wurde und wäre zu wenig in das Schienennetz investiert und zum anderen wird auf den Konzern die Bahn, also die Deutsche Bahn AG, gezeigt. Hier sei seit der Bahnreform 1994 eine undurchsichtige Struktur geschaffen worden, in der große Investitionen mehr oder weniger untergehen und ausschließlich auf Gewinn geachtet werde, während der Zustand der Infrastruktur signifikant abnehmen. So zumindest die Vorwürfe. Im heutigen Beitrag blicken wir deshalb darauf, welche Pläne die Ampelkoalition zum Umbau des DB-Konzerns vorsieht, wann sie umgesetzt werden und was etwaige Folgen sein könnten. Auch bringen wir verschiedene Perspektiven auf die bevorstehende sogenannte Mini-Bahnreform zusammen, um zu zeigen, was sich bei der Bahn ab dem nächsten Jahr ändern wird. Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft existiert seit 1994 und ging damals aus der Deutschen Bundesbahn zum einen und der Deutschen Reichsbahn zum anderen hervor. Einige Jahre später wurden einige Tochtergesellschaften unter dem Dach der DB für die bis dann bestehenden Unternehmensbereiche gegründet. Seit 1999 gibt es also die bekannten Unternehmen DB Regio, DB Netz, DB Station & Service, DB Cargo und die spätere DB Fernverkehr AG. Es wurden also diverse Unternehmensbereiche theoretisch voneinander unabhängig gemacht und größtenteils auf Gewinn und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Jedes der Unternehmen hat seinen eigenen Zuständigkeitsbereich, in dem es eben operiert. Beim Betrieb gibt es eigene Unternehmen für Nah- und Fernverkehr und bei der Instandhaltung eben eines für die Fahrwege, nämlich DB Netze und eines für die Bahnhöfe und Stationen, nämlich DB Station & Service. Hinzu kommend existieren mittlerweile eine Reihe an weiteren DB Tochterunternehmen, darunter DB Systel, zuständig für IT-Lösungen bei der Bahn oder DB Energie, welche für die Beschaffung und Bereitstellung von etwa Bahnstrom und Diesel zuständig ist. Unter dem Dach der DB AG existieren zudem noch zahllose weitere Unternehmen, die aufzuzählen, den Rahmen hier sprengen würde. Damals wurde die Bahnreform angestoßen, um einerseits bestehende Probleme und die hohen Verschuldungen der vorherigen Bahnen zu lösen und um andererseits der EU-Richtlinie zum diskriminierungsfreien Netzzugang zu entsprechen. Seitdem es also Eisenbahninfrastruktur und Eisenbahnverkehrsunternehmen gibt, ist das Problem auf den ersten Blick gelöst. Wobei jedoch festzustellen ist, dass bei der Deutschen Bahn beide Bereiche fortwährend unter einem Dach bestehen. Die DB AG hat als integrierter Konzern natürlich auch einen Anreiz, ihre eigenen Züge gegenüber anderen Eisenbahnunternehmen zu bevorzugen, die das Netz ebenfalls nutzen wollen. Dies kann zur Diskriminierung, Verzögerungen und hohen Trassenpreisen für die Wettbewerber führen, obwohl dies nicht gewollt ist. Grundsätzlich ist aber vorgesehen, dass eben jedes beliebige Eisenbahnverkehrsunternehmen auf den Gleisen der DB bzw. also DB Netz AG verkehren kann. Darüber hinaus kommt es im Rahmen dieser theoretischen Trennung und der geschäftlichen Ausrichtung der Geschäftsbereiche auch zu weiteren Problematiken. Die Wartung und Instandhaltung der Infrastruktur bei DB Netz und DB Station und Service ist theoretisch teurer als ein Neubau von gewissen Bauwerken, da die Kosten von anderen Akteuren getragen werden. Es besteht also eigentlich der Anreiz, die Instandhaltung und den Ausbau zu vernachlässigen, da die Kosten dafür von den beiden Unternehmen selbst getragen werden müssen, während der Bund etwa für den Neubau von maroden Bauwerken aufkommt. Dies kann unter anderem zum schlechten Zustand der Infrastruktur führen. Auch ist es so, dass die beiden Hauptinfrastrukturunternehmen Netz und Station und Service theoretisch nicht dazu verpflichtet sind, sich abzustimmen, da sie ja jeweils nur in ihrem eigenen Feld operieren. So kann etwa DB Netz eine Strecke für eine Gleissanierung sperren und DB Station und Service sperrt sie dann später noch einmal, weil etwa an einer Bahnsteigkante gearbeitet werden muss. Zusätzlich ist die Bahn durch ihre betriebswirtschaftlichen Erwägungen eingeschränkt, wenn es um die Planung und Finanzierung von Arbeiten an der Strecke geht. Die nicht wirkliche Trennung von Infrastruktur und Betrieb bei der Bahn in Deutschland und deren bislang gewollte Gewinnmaximierung führten also zu verschiedenen Problemen. Diese beeinträchtigen und beeinträchtigen immer noch sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Qualität des Schienenverkehrs. Eine mögliche Lösung für diese Probleme wäre eine vollständige Trennung von Netz und Betrieb bei der Deutschen Bahn, die auch eigentumsrechtlich vollzogen wird. Das Netz würde dann in staatliche Obhut überführt werden, welcher für dessen Haltung und Ausbau verantwortlich wäre. Der Betrieb würde weiterhin von der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen durchgeführt werden, die das Netz zu fairen und transparenten Bedingungen nutzen könnten. Dies würde den Wettbewerb auf der Schiene fördern und die Qualität des Schienenverkehrs wahrscheinlich verbessern. Andererseits würde eine vollständige und eben eigentumsrechtliche Trennung einen enormen Zeitaufwand bedeuten und nicht unbedingt effizient sein, da auch unter den bestehenden Holdingstrukturen Lösungen erzielt werden können. Die Ampelregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag von 2021 deshalb folgendes festgesetzt. Die Infrastruktureinheiten der Deutschen Bahn AG werden innerhalb des Konzerns zu einer neuen gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte zusammengelegt. Diese steht zu 100% im Eigentum der Deutschen Bahn als Gesamtkonzern. Gewinne aus dem Betrieb der Infrastruktur verbleiben zukünftig in der neuen Infrastruktureinheit. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen werden markt- und gewinnorientiert im Wettbewerb weitergeführt. Es wird also keine eigentumsrechtliche Abtrennung der Infrastrukturbereiche gewollt, jedoch eine sinnvolle Bündelung aller entsprechenden Sparten in einer gemeinwohlorientierten Gesellschaft. Das geplante Vorhaben ist nun fixiert und soll schon zum 1. Januar 2024 umgesetzt werden. Ab diesem Datum wird es dann das neue Unternehmen Debi InfraGo geben, wobei es sich dann eben um einer Fusion aus den beiden genannten Vorgängertochterfirmen handelt. Die neue Struktur ermöglicht den Verbleib aller gegebenenfalls anfallenden Gewinne aus Entgelten der nutzbaren Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Infrastrukturgesellschaft. Gegenüber dem bisher komplizierten Mittelfluss soll somit mehr Transparenz entstehen. Ziel ist es also, insbesondere bisher komplizierte Finanzierungsarchitekturen und Bewirtschaftungssysteme zu vereinfachen. Eine solche Mini-Reform unter dem Dach der Bahnholding bietet insoweit Vorteile, als dass etwa die jeweiligen Belegschaften nicht kompliziert umstrukturiert werden müssen. Die Allianz Pro Schiene sieht in der Gründung einer gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte eine große Chance, die Rollenverteilung zwischen dem Bund als Eigentümer und der neuen Infrastruktursparte klar zu regeln. Andreas Geißler, Leiter Verkehrspolitik bei der Allianz, sieht das Potenzial auch darin, die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Schienennetzes deutlich zu verbessern. Und nicht zuletzt die Entwicklung der Schieneninfrastruktur konsequenter aus den Verkehrs- und klimapolitischen Zielen abzuleiten. Man ist der Meinung, dass der Eigentümerbund nicht nur einen klaren Auftrag an die neue Infrastruktursparte erteilt, die Kapazität, Qualität und Zuverlässigkeit der Schieneninfrastruktur zu erhöhen, sondern auch die finanziellen Mittel, die für Erfüllung dieses Auftrags nötig sind, zuverlässig und langfristig planbar zur Verfügung stellt. Zur Gemeinwohlorientierung gehört natürlich auch vollständige Transparenz über die Mittelflösser, einschließlich der Verwendung etwaiger Gewinne der Infrastruktursparte. Wie berichtet wurden erst vor kurzem viele Milliarden Euro für die Sanierung des Hochleistungsnetzes über einen Zeitraum von mehreren Jahren zugesagt. Man könnte also mutmaßen, dass dieser genannten Notwendigkeit entsprochen wird. Andere Akteure und Parteien fordern allerdings andere Lösungen, da sie in Frage stellen, ob die geplanten Vorhaben wirklich weitreichend genug sind. Die Unionsfraktion im Bundestag möchte etwa eine vollständige Neuaufstellung der Deutschen Bahn und eine Herauslösung der Infrastrukturteile aus der Holding. Man argumentiert, eine solche Lösung würde den bundeseigenen Konzern verschlanken und vor allem den Wettbewerb deutlich stärken. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG fordert hingegen etwa keine vollständige Abspaltung. Arbeitsleistungen müssten weiterhin innerhalb des DB-Konzerns vergeben werden können, was sichere und tarifgebundene Arbeitsplätze vor allem im Dienstleistungsbereich bedeute. Eine vollständige Neustrukturierung würde außerdem eine langjährige Debatte zur Bahn hervorrufen, welche die Schiene langfristig lähmen könnte. Sicherlich wird das nun geplante Vorhaben auch seine Zeit brauchen, bis es zu den erwarteten Effekten kommt. Auch weitreichende Maßnahmen sollten und werden wohl in der kommenden Zeit festgesetzt, sodass sich dieses System erst wirklich etablieren kann. Die Allianz Puschina sieht das Vorhaben eben grundsätzlich positiv, verweist aber auch auf den erweiterten Handlungsbedarf. Auf Anfrage heißt es dazu, dass noch in dieser Legislaturperiode zahlreicher weitere Punkte geregelt werden müssten. Die Verschmelzung der bisherigen DB Netz und DB Station und Service zur InfraGo sei nur ein erster Schritt. Entscheidend für das Gelingen der Reform sei die Definition eines klaren und politisch breit konzentrierten Zielbildes für die Schieneninfrastruktur, die Etablierung einer klaren Steuerung des Bundes im Sinne dieses Zielbildes und auch ein neuer Rahmen für die Finanzierung der Schieneninfrastruktur in Deutschland. Die Allianz Puschina hält es deshalb, für die beste Lösung, wenn dafür zwei Schieneninfrastrukturfonds gesetzlich verankert werden. So hat es etwa die Beschleunigungskommission China bereits im vergangenen Jahr empfohlen. Ein Blick in andere Länder zeigt, dass integrierte Konzerne gut funktionieren können. Im Zweifel genauso gut wie Bahnsysteme mit getrenntem Netz und Betrieb. Kritische Stimmen sehen trotz der Vorteile des Vorhabens eine Notwendigkeit zu einer noch weiteren Reform. Klar ist, dass es im Falle eines Misserfolgs spätestens in der nächsten Legislaturperiode erneut zur Reformfrage kommt. Neben der Allianz Puschina unterstützen aber auch andere Verbünde, wie etwa der Fahrgastverband ProBahn das Vorhaben. Was denkt ihr nun zu den Maßnahmen? Knackige Minibahnreform oder nur ein minimalinvasiver Eingriff in bestehende Strukturen? Schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare. Damit sind wir am Ende des Beitrags. Vielen Dank für das Interesse und gerne bis nächste Woche.